Vor mehreren Jahrzehnten fand in einem unbekannten Land ein besonderes Experiment statt. Dabei ging es darum, was passieren würde, wenn jeder Mensch die Wahrheit sagen würde, wenn jeder Mensch seinen ersten, meist richtigen Gedanken ausdrücken würde. Zur Durchführung des Experiments wurden vier Gefangene aus einer Nervenanstalt als Versuchsobjekte benutzt. Darunter waren ein Schizophrener, eine Masochistin, ein Sadist und ein Nekrophiler. Man verfrachtete sie alle in einen Raum unter dem Einwand, ein neues Heilmittel für ihre psychischen Krankheiten gefunden zu haben. Wir spritzten ihnen das Wahrheitsserum und brachten Mikrofone an ihren Körpern an. Ansonsten wurden sie über Überwachungskameras ausgespäht. Der Raum, in dem sie waren, hatte ungefähr die Größe eines durchschnittlichen Familienwohnzimmers. Die Leitung dieses Experiments hatte Professor Volker. Tag 1 Das Aufeinandertreffen ging ohne Probleme. Das mag auch daran liegen, dass keiner besonders viel sprach. Die Testobjekte betrachteten sich gegenseitig. Diese Paranoia gegenüber dem Mitmenschen ist auf das Serum zurückzuführen, sollte aber in den nächsten Tagen verfliegen. Die Männer zeigten sich der Frau gegenüber in keiner Weise anzüglich. Tag 2 Der Schizophrene begann heute mit den Selbstgesprächen, worauf es zu einem Streit zwischen ihm und dem Sadisten kam. Der Sadist meinte, er solle sich lieber richtige Freunde suchen, statt sich nur mit sich selbst zu beschäftigen, wie ein arrogantes Arschloch. Daraufhin trat er auf den Schizophrenen ein, bis dieser blutete und am Boden lag. Wir weigerten uns aber standhaft einzugreifen. Seltsamerweise hörte der Sadist kurz darauf auf und verkroch sich in eine Ecke. Den Rest des Tages war er vollkommen ruhig. Tag 3 Heute Morgen legten wir ein totes Kaninchen in den Forschungsraum, um die Reaktion der Testobjekte zu testen. Als sie aufwachten, reagierte jede Person anders. Die Masochistin versteckte sich hinter dem Sadist, der wiederum schaute lächelnd auf den Hasen. Der Schizophrene näherte sich dem Hasen vorerst nur auf halbem Wege. Als der Nekrofile den Hasen bemerkte, blieb er zuerst nur vollkommen versteinert stehen. Er schien den Hasen zu analysieren, um sich von seiner wirklichen Leblosigkeit zu überzeugen. Nach einigen Minuten ging er langsam auf das Tier zu. Als er vor dem Tier stand, schrie der Schizophrene zu ihm herüber, dass er seine Drecksgriffel von seinem Onkel lassen solle, worauf er, trotz starker Wunden des gestrigen Vorfalls, auf den Nekrophilen zurannte und auf ihn einschlug. Den Rest des Tages saß jeder in einer Ecke des Zimmers und starrte den toten Hasen an. Tag 4 Als die Beobachtung heute anfing, bemerkten wir als erstes, dass der Hase nicht mehr da war. Wir erhofften uns darauf eine Antwort, aber der Rest des Tages verlief vollkommen ruhig. Obwohl ruhig eigentlich eine Lüge ist. Die Versuchsobjekte redeten heute viel miteinander. Sie erzählten viele Dinge. Manche Dinge konnten sie eigentlich gar nicht wissen, doch trotzdem erzählten sie über das Wetter und dass es gestern kälter war als heute. Dabei hatten sie die Außenwelt seit Anfang des Experiments nicht gesehen. Das beweist, dass das Hirn eine Menge Informationen unbewusst speichert. Im Normalfall können wir auf diese Informationen nicht zurückgreifen, doch das Wahrheitsserum scheint diese Blockade zu lösen. Ich bin schon gespannt, was sich für neue Ergebnisse im Laufe der Woche ergeben. Tag 5 Heute Morgen saß der Nekrophile an dem Platz, an dem der Hase gelegen hatte. Er starrte einfach nur auf den Boden, bewegte sich nicht. Als die anderen zu ihm gehen wollten, um ihn anzusprechen, begann er zu schreien. Alle Testobjekte, bis auf den Schizophrenen, wichen zurück. Der Schizophrene erbrach sich und nahm einen scharfen Knochen, wahrscheinlich vom toten Hasen, und schnitt sich damit die Kehle auf. Der Nekrophile hörte auf zu schreien und begann damit, seinen Kopf gegen die Wand zu schlagen. Die Masochistin nahm derweil den Knochen und begann sich zu ritzen und dabei lautes Stöhnen von sich zu geben. Der einzige, der sich nicht bewegte, war der Sadist. Er sah sich nur das Chaos an und lachte laut. An diesem Tag sind über die Hälfte der Wissenschaftler aus diesem Projekt ausgestiegen. Tag 6 Die Testobjekte lagen heute auf dem Boden. Sie rührten sich kaum, aber bis auf den Schizophrenen scheint noch jeder zu leben. Der Sadist saß in der Ecke und flüsterte etwas vor sich hin. Ich beschloss ihn, über Lautsprecher zu fragen, was er zu sagen hatte. Denn immerhin konnte er mich nicht anlügen. Als er meine Stimme hörte, schrak er auf und drehte sich unmittelbar zu der ihm am nächsten gelegenen Kamera. Dann schrie er laut. Ich habe die Wahrheit gesehen. Ich habe gesehen, was mit dieser Welt passiert. Mit diesen Borten kratzte er sich die Haut auf und riss sie sich herunter. Die restlichen zwei Testobjekte begannen wieder mit der Arbeit an sich selbst. Tag 7 Heute wurden alle Testobjekte tot aufgefunden. Der Necrophile starb an einer Platzwunde am Kopf. Der Sadist und die Masochistin durch hohen Blutverlust. Und der Schizophrene durch eine Schnittwunde an seiner Halspulsader. Das Experiment ist offiziell fehlgeschlagen. Es ist unmöglich, einen Menschen zu erstellen, der nicht lügen kann. Vielleicht war das die grausame Wahrheit, die der Sadist gemeint hatte. Das Versuchslabor wird für eine unbestimmte Zeit vorerst geschlossen.